Musik Zur Geschichte von heute Morgen zurückzukommen. Natürlich wurde dem ganzen Protest nochmal Nachdruck verliehen. Und zwar haben wir heute Morgen unseren Bürgermeister Jürgen Götz noch an den Steg gebunden. Liebe Kinder, wir nehmen an, die Protestanten haben folgende Theorie gehabt. Unser Bürgermeister der Jürgen Götz, der ist 57 Jahre alt. Der Steg ist auch 57 Jahre alt. Alle Veitshöchheimer glauben, dass der Jürgen auch noch mindestens die nächsten 10 Jahre da ist. Also, wenn man den Bürgermeister jetzt da an den Steg bindet, dann könnte der Steg auch noch mindestens die nächsten 10 Jahre da sein. Wir sind einer ganz heißen Sache auf der Spur. Auf unseren geliebten alten Steg ein dreifachbarnes VCC. Das Brücken die Welt verbinden. Und nicht vergessen, Ludwig Volk selbst. Ludwig Volk, der ehemalige Bürgermeister von Marokko, dessen Name der Steg trägt, die beste Idee, die man als Marokkaner haben konnte, war es, eine Brücke nach Veitshöchern. Und das ist eine Brücke nach Veitshöchern. Da ist so ein achteckiger Mülleimer vorm Rathaus. Das ist ein Modell Rainer. Und wenn ihr da bitte kurz mal euren Müll entsorgen könnt, und dann ruft ihr Rainer Hellau. Rainer Hellau. So entsorgen wir innerhalb der Session jetzt unseren Müll. Unser VCC steht für den Schutz von Tradition und Brauchtum. Ich darf euch den Orten der Session 2025 vorstellen. Unser Orten... Applaus Musik 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 Vielen Dank.